Herzlich Willkommen zur Digitalen Bürgersprechstunde. Heute mit einem Spezial. Zu Gast ist Cem Etzemeyer. Hallo. Was wir mir vorstellen müssen, ist natürlich eine Schulklasse, die wir heute hier im Hangout begrüßen. Nämlich eine Schulklasse der Manfred-von-Adennes-Schule aus Berlin-Lichtenberg. Eine 12. Klasse, ein Politikkurs und die Politiklehrerin Frau Lasch ist auch natürlich dabei. Gab es einen bestimmten Anlass oder eine wichtige Erfahrung in Ihrem Leben, die Sie bewogen hat Politiker zu werden? Ich war Klassensprecher, Schülersprecher in meiner Schule. Das war eine Realschule damals im schwäbischen Bad Urach. Ich war dann in der Schülerzeitung und habe mich in der Funktion politisch engagiert. Dann hat mich ein Freund, der aufs Gymnasium ging, mal mitgenommen auf eine Versammlung von den Grünen, die damals ganz neu gewählt waren in den Landtag. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich eingetreten bin. Warum? 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 Also die Frage bezog sich, warum es in den Wahlkämpfen auch türkische Slogans gibt oder auf türkisch was gesagt wird. Ich habe gesagt, das ist doch normal, dass man das macht. Das machen ja auch andere Parteien auch. Wenn man Menschen ansprechen möchte, andere Herkunft, dass man ihnen dadurch auch respekter weiß, dass man in ihrer Sprache was sagt. Der Wahlkampf ist natürlich logischerweise auf Deutsch und auch die Programme und alles. Aber schadet doch nichts, wenn man auf dem Plakat auch mal einen Spruch hat in Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, all den Sprachen, die bei uns in der Gesellschaft gesprochen werden. Und Türkisch gehört da auch dazu. Unser nächster Frage wäre, was stört Sie an Ihrer eigenen Partei zurzeit am meisten? Also, ich finde, wir machen es uns manchmal unnötig zu schwer. Wenn ich mir anschaue, dass die Grünen in den Ländern, in den Kommunen zum Teil sehr, sehr erfolgreich sind, tolle Wahlergebnisse bekommen, die Grünen etwas selbstbewusster, etwas offener auf die Gesellschaft zugehen und sagen, da sind ganz viele Leute, die in ihrem Alltag versuchen, grün zu leben und grün zu denken und grün zu handeln. Und die wollen wir zu uns holen. Also, ich würde sagen, das mit der liberaleren Position gestaltet sich ja eher schwierig, wenn man sich das genauer anguckt, mit der Frauenquote, Alkoholverkaufsverbot als 22 Uhr und ähnliches, oder dem Fortschluss zum Veggie-Day. Von daher haben wir uns die Frage gestellt, ob Sie uns denn alle für blöd halten oder weshalb die Grünen eine Bevormannungspolitik für den richtigen Regierungsstil halten? Also, erstens stimmt das alles gar nicht. Veggie-Day war keine Pflicht, sondern es war ein Vorschlag und ist aber nicht so verstanden worden, sondern als Pflicht verstanden worden. Deshalb sagt man es auch nicht mehr, sondern sagen, worum es eigentlich geht. Ich finde, ich habe ein Recht darauf, dass, wenn ich einkaufe, ich mich darauf verlassen kann, dass die Produkte, die in der Ladentheke sind, gesund sind, meine Gesundheit nicht gefährden. Und jetzt kommt, was das Grüne auch ausmacht, auch die Gesundheit von anderen nicht gefährden, nämlich derjenigen, die diese Produkte hergestellt haben. Die sollen auch nicht krank werden, die sollen auch nicht so bezahlt werden, dass sie Hunger leiden müssen oder wenn sie aufs Klo gehen, rausgeworfen werden oder wenn sie mal einen Streik organisieren, entlassen werden. Und das ist unser Welt- und Menschenbild. Wir wollen das durch möglichst wenig Verbote regeln, sondern wir wollen das durch Marktelemente regeln, also über den Preis beispielsweise steuern. Okay, nämlich ist es jetzt zwar ein kleiner Themenwechsel, aber Sie haben sich deutlich für Waffenlieferungen in den Nordirak ausgesprochen, entgegen Ihrer Parteimeinung. Haben Sie es denn bei der entscheidenden Abstimmung aber enthalten? Da wollte ich Sie fragen, war das eigener Meinungswechsel oder haben Sie aus Parteidisziplin gehandelt? Ich war auch nicht für ein Nein, weil ich finde die Grundrichtung ja, dass man die Peschmerga unterstützt, in ihrem Kampf gegen die ISIS-Terroristen, finde ich richtig und wichtig. Ich war selber ja auch dort und ich glaube, dass man neben dem politischen Kampf, dem wirtschaftlichen Kampf gegen ISIS auch die militärische Dimension braucht, ansonsten wird man ISIS nicht zurückdringen können. Und dazu gehören auch Waffenlieferungen, das habe ich sehr klar gesagt. In der Fraktion war ich da in einer Minderheit, in einer relativ kleinen Minderheit. Und meine Meinung ist in der Frage klar ist klar. Ich glaube, jede Fahne von ISIS, die gehisst wird, ist ein Propagandasieg und ist auch für uns ein Problem in Deutschland, weil ja auch aus Deutschland Jugendliche abwandern zu ISIS und glauben, dass sie da was Tolles tun, wenn sie sich dieser Verbrecherbande anschließen. Und auf der anderen Seite ist jede Fahne von ISIS, die eingeholt wird, weil ISIS nicht zurückziehen muss, macht es uns einfacher, Jugendliche davon abzuhalten, zu dieser Verbrecherbande zu gehen. ISIS behauptet ja, sie würden den wahren, den echten, den ursprünglichen Islam vertreten. Für mich ist es das Gegenteil von richtig. Das ist ein Missbrauch der Religion, eine Beleidigung für jeden gläubigen Muslim. Ich wollte eigentlich noch fragen, wie hoch Sie die Gefahr schätzen, wie die deutsche Bevölkerung durch die reinkennen jetzt Kämpfer und wie kann die Sicherheit gewährleistet werden? Es gibt diejenigen, die sind nach wie vor ideologisch überzeugt davon, dass das richtig war, was sie gemacht haben. Und die sind gefährlich und die muss man im Prinzip pausenlos überwachen, damit nichts passiert. Denn die Vorstellung, dass einer von denen dann irgendwas Schlimmes anrichtet und wir hätten es verhindern können, ist geradezu unerträglich. Dann gibt es aber auch diejenigen, die hoch traumatisiert sind, die einfach sich Illusionen gemacht haben darüber, was sie da erwartet. Um die muss man sich psychologisch kümmern. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Die sind desillusioniert. Das heißt, die hatten da irgendwelche tollen Vorstellungen, dass sie da irgendwas Gutes in Anführungszeichen tun würden, haben dann erkannt, dass sie da missbraucht worden sind und sind jetzt erstmal in einem Loch und sind hier. Und um die muss man sich nicht nur auch kümmern, sondern die sind vielleicht sogar eine wichtige Hilfe und Stütze, um andere Jugendliche von diesem Weg abzuhalten. Jetzt nur mal ein bisschen in die Zukunft geguckt, wäre es auch möglich, eine schwarz-grüne Koalition mit der AfD zusammen für die Grünen? Nein, ganz sicher nicht. Für uns ist völlig klar, wer Populismus macht zu Lasten von Minderheiten, wer sie zur Zielscheibe erklärt, wer aber auch gegen Europa steht, kann für uns kein Partner sein, gar in einer Koalition. Da haben wir einen sehr klaren Kompass. Wollen wir den machen? Heute haben die Grünen einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Was ist Ihr Ziel? Unser Ziel ist, dass Cannabis-Produkte im Prinzip genauso behandelt werden wie Alkohol, wie Nikotinprodukte. Dass Erwachsene, ist ganz wichtig, ab 18 Jahre in speziell dafür vorgesehenen Läden mit entsprechenden Fachpersonal diese Cannabis-Produkte erwerben dürfen. Jugendliche unter 18 Jahren nicht, darum auch kein Verkauf im Netz, weil da könnte man die Alterskontrolle nicht wirklich durchsetzen. Das ist ein strenges Werbeverbot. Die Läden dürfen nicht in der Nähe von Jugend- und Kindereinrichtungen sein. Und es muss gewährleistet sein, dass das Zeug sauber ist. Das heißt, die Verunreinigungen, wie wir sie heute haben, wären damit weg. Und der positive Effekt wäre, wir würden die Leute wegholen von der Straße, wo sie beim Dealer ja auch das andere, das gefährlichere Zeugs bekommen. Ich danke erstmal den Schülerinnen und Schülern in Lichtenberg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Alles Gute. Alle Fragen beantworten, aber wir sagen schonmal Tschüss. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Alles Gute, alles Gute. Und wir sehen uns mal ... ... ... ... ...